Guten Tag, sehr geehrte Schulgemeinschaft des PMG Meine. Ich freue mich, euch endlich die Oscar-reifen Ton- und Bildaufnahmen unseres Abifilmes in der PMG-Edition präsentieren zu können. An dem nun folgenden Material ist nur der Abschlussjahrgang 2022 und nicht die Schule selber beteiligt. Wir möchten uns durch dieses digitale Abschlussgeschenk mit Einblick der Motto-Woche vom PMG Meine verabschieden. Und wie ihr uns kennen, gibt es nur die qualitativ höchste Film- und Schnitt-Performance. Eieieieiei. Film ab! Ich finde halt Schuhranden langweilig. Wir wollen ja alle ab und zu mal was Cooles machen und deswegen habe ich die Schubkarre mitgebracht. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Einmal um den grünen Pfahl und wieder zurück über die Linie. Jaaaah! Ja. Ja我不知道. Ja. Ja! Na, warum? Ja! Ja. Ohhhh! Ich glaube, du bist noch nicht nahe genug. Einmal Pizzabritischen Käse mit Aioli-Soße für Theresa. Dann eine Pizzasalami Prosciutto. Ja, meine. Okay, gut. Eine Familienpizzasalami. Eine normale Pizzasalami. Eine Familienpizzasalami. Ja. Noch was? Das ist wichtig für euch zu wissen und der Rest ist scheißegal, weil... So... Ne? Genau. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ja. 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 Es gibt eine gewiegene Nummer, Augenkrebs, und dann geht es weiter. Tessa hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Tessa. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Tessa. Happy Birthday to you. Tessa, ich mach dir alles voll zum Geburtstag. Nein, ich hoffe nicht. Also alles Gute zu deinem 347. Geburtstag. Nein, nicht auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 existiert nicht mehr. Wir saßen alle im Unterricht, doch leider ging das WLAN nicht. Das Streamen in 4K ist nubel, doch zeigt uns die Verbindung hier ein Vogel. Das Internet ist für uns alle Neuland, für Wedelhaine ist es gänzlich unbekannt. Doch Tino wohnt im selben Kaff, aber sein Internet macht nicht schlacht. Das Wochenende nahe nun schon, doch ist das Ende unserer Arbeit eine Illusion. Deutsch zählt zu unseren großen Stärken, auch wenn manch anderes nicht merken. Wie man an dem nicht vorhandenen Metrum erkennt, hat es seinen Grund, dass man uns nicht Deutsch-LK nennt. Sie haben die Möglichkeit, das zu ändern, doch zährt das an unsere Nervenbändern. Wir sehen uns wieder am Montag, dann fallen sie in Ohnmacht. Das war der Deutschkopf, it is best. Fühlen sie sich gedrückt ganz fest, auch wenn ihr Internet sie im Stich lässt. Hast du das geschrieben oder warum hast du so Probleme gerade? Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ich bin in der Schule, ich bin in der Schule, und mein Herz geht so, dass ich gar nicht zu sprechen kann. Und ich finde, dass ich die Glück, die ich sehe. Wunderschöne Aufnahmen. Mein Vater war Bergmann und er ist mit Kai, dem Großen, verwandt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Diese Klausur hier als Nachstablieferung kommt und es hat schon gesagt, dass die Lippen ist. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also, ganz kurz zur Aufklärung. Es gibt Bibi Blocksberg. Und Bibi Blocksberg ist Bibi von Bibi und Tina. Aber Bibi kann dann immer noch hexen, Tina nicht. Und deswegen nimmt Bibi Tina immer auf ihren Besen mit, damit sie schneller sind. Tina ist halt das Opfer von Leiden. Aber warum ist aus Bibi und Tina Bibi Blocksberg geworden? Nein, andersrum. Ah, okay. Okay, okay, okay. Henry, ich glaube, das sieht auch sehr dünn aus. Du musst ihm mal was zu essen geben. Ich war in der Schule und habe nichts gelernt. Ich war in der Schule. Sag mal, wo hast du denn die geile Hose her? Von deiner Cis? Von meiner Mutter. Nein, ehrlich? Was meinst du? Guck dir mal an. Mein Gastron, ich bin dir aufgeklemmt. Was ist deine Mutter für ein Hippie? Welcher Sack? Ich habe meine Haare am... Das kommt in dein Bewerbungsvideo als Piosteer. Ich glaube, da bin ich eigentlich schon ziemlich gut in dem Job. Sehr gut. Das kommt in dein Bewerbungsvideo alsAlex Ich freue mich auch über Morningstar. Sag mal, wir sind schon tatsächlich liebeaccionen Alten, weil gerade das große Hose herr-haltigte. Be WILFELD B Governor- אדいsaurabends. Weil die Mutter mit einem Seminulang tun hat. Nein, wie ich morteげ ziehe. Die Ecke ist ja wirklich schön hier hinten, ne? Ja, ja. Wie? Ne! Doch. Pass auf den Winkel auf, Mann. Du wirst dich wundern, wenn du die SC-Karte durchgehst. Tom, ich wollte die Blume nicht an eine neue Hose lehnen, deswegen blutest du. Ja, ich blute, aber scheiße, ich hab die... Deine Tage? Wir haben keinen Ersatz-Akkur, oder? Ne. Ist leer. Ja. Ja. Ja, ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020